Und C, und Gefährte, und Anpassung. Ja! Ja, Rot! Haha! Rot. Schön. Ja, was ich nicht gesagt hab, äh... Mein Kollege, mein Nachbar, der Humpix, hat auch mal am Jedi-Ritter gespielt, und da hab ich mit ihm zusammengezockt, ein bisschen. Und da hat sich... Da wollte ein Roten. Und er hat gedacht, die Rote-Anpassung, das war aber Rot, das war aber Blau. Und jetzt hab ich überlegt, Gelb oder Grün, jetzt hab ich einfach mal Grün genommen, und, ach, ich hab einen Roten Droiden. Ach, sieht ja schön aus. Apropos, wo ist eigentlich die Schmiede? Was? Die Waffe der Jedi. Die Waffe... Oh Gott, oh, 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 oh. Das ist ja... Weit, okay, wir gehen jetzt erst noch mal hier. Ach, ich dachte, da wär was. Wir müssen noch mal hier hoch. Da gehen wir jetzt schnell hin. Äh, leider können wir da nicht schnell reisen oder so, deswegen latschen wir da mal schnell hoch, damit wir das haben. Oh, T7, du bist so süß! So, während wir mal laufen, können wir mal gucken, was wir dem eigentlich so geben können. Sekundärmotor. Formierung, Sekundärkern, Primärkern, Sensoren einheits, Motor, Teile, Blasterpistole. Oh! Ach, greifen wir euch mal an, ne? Auf im Maule! Wow! Ach, ihr könnt doch alle nix. Machvorgang. Stell dir Machvorgang, dann hört ihr, erzeugt die Bedrohung 100%. Nice! So, da müssen wir irgendwo hin. Aber da müssen wir wahrscheinlich ganz rundum noch, ja? Aber hier kommen wir schon noch jenen. Moinsen, Jungens. Ho, ho, ho! Verschnauze! Die vertragen ja nix, ne? Wir sind schon zu stark für sie. Oh ja. So. Äh, können wir das hier? Ja, sicher. Ne. Da hoch müssen wir. Verdammt! Ach so. Ja, du. Kannst ja nix. Deine Sachen her. Komm! Ah! Okay. Nochmal. Ja. Das ist hier demnach nicht der Weg. Nein! Schaffst du das so? Fatze! Fatze! Das Maul! Und du! Schwach! Da hoch müssen wir irgendwo. Aber da können wir nicht hochspringen, weil da kein Gegner ist. Scheiße! Und auf euch auch noch rauf, hier. Ja. Ey, du machst Schaden, Droide. Häpf! So. Genau. Haben wir da was zu angreifen? Aber nicht. Ja, schade. Aber. Hehe. Ach, jetzt hätten wir das nehmen können. Wow. Geil aus, das ist der Ferne. Geil aus, das ist der Ferne. Komm her. Ach, du. So. Jetzt kann man auch hier hoch. Und das Leuchtfeuer entzünden. Oh. Das ist ja kein Feind mehr. Hahaha. Das ist kein Feind, das ist tot. Hehe. So. Fleischschrauber, Todes. Watt. Todeswächter. Small. Tschüss. Okay. In die Richtung jetzt. Oh. Oh. Haben wir dem den. Hand. Bam. Small. So. Leuchtfeuer. Kann man uns das noch vorbeischleichen? Ich bin mir die Botschaft, da geht das ja leicht. Oh. Ey, das wäre was, wenn wir jetzt hier noch... Doch, wir kommen hier auf noch einen anderen Weg. Ach, verdammt. Stimmt ja. Wir könnten doch von... Wir hätten von der anderen Seite gehen können. Ach, regt mich das jetzt auf. Ach, regt mich. Ah, scheiße. Signalfeuer. Verdammte Scheiße. Da kommen wir auch zu Schmiede. Ja, Teifestal. Kommt da jetzt jemand? Da seid ihr ja. Da seid ihr ja. Jedi Reden. Lernen Energie. Was ist im Tempel passiert? Was haben die Meister gesagt? Sagt es ihm. Jedi Reden. Scht. Ach, es ist alles erledigt. Ich habe den Auftrag wie gewünscht ausgeführt. Hast du gehört? Du kriegst, was du wolltest. Jagdenergie, Jedi Energie, Felsenbau. Alles, was du verlangt hast. Jedi Jagen Kopfding. Jedi Jagen Jägerbau. Felsenbau gehen. Er... Er will sagen, dass ihr alles jagen könnt, was ihm gehört hat. Die anderen Fleischräuber, mich. Und er geht jetzt. Jedi Preis. Jedi Jagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das tun würdet. Ihr habt ihm geholfen und mich gerettet. Ich weiß, wie ich wieder zum Dorf komme. Der Weg ist nicht schwer. Aber du musst durch ganze Fleischräuber horden durch. Naja. Was? Wen müssen wir zurückkehren? Ich hoffe... Da müssen wir doch dann nochmal hinten. Aber gut. Da können wir jetzt... Da müssen wir nicht mehr hin. Ich sehe da... Oder wann haben wir hier noch... Gibt es hier die Miss... Nee, Missionsangebot. Sicher nicht. Also wird es doch nichts mehr haben. Also können wir hier gleich weiterlatschen. Oh, Entschuldigung. Oh, dann gehen wir zur Schmiede und bekommen dann das Lichtschwert. Yeah. Lichtschwert. Okay, erstmal müssen wir da hinkommen. Der Weg ist... Dieser Weg wird auch ein bisschen lang sein. Ja. Ja. Wir müssen Bengelmoor töten und unseren Meister retten. Ja. Machen wir auch. Machen wir. Irgendwie. Oh, Höhle. Und Wasserfall. Eigentlich ist es schon ein schöner Planet. Ja. Oder nicht? Ja, doch. Eigentlich schon. Das Körbe ist dann viel plastischer. Oh, müssen wir da hin? Nach da unten. Okay. Anscheinend war ja gerade schon ein anderer Spieler. Sonst wäre er da nicht tot. Und sonst wären hier... Gegner. Mehr Gegner. Ach, da ist eh einer. Aber auf unserem Weg ist keiner. Ja, alle tot. Okay. Da laufen wir halt. Nächte Folge... Wenn das alles in eine Folge kommt, ist das die Folge des... Moses und seine 40 Jahre ins gelobte Land. Ja. Falls es jemand kennt. Kann man ja nie wissen, wie gebildet ihr seid. Ich bin nicht getauft. Ich, äh... Meine Eltern wollten das nicht. Bzw. Mein Vater war das nicht. Wirklich... Wirklich... Habe ich... Keine Religion... Also ich habe keine Bekenntnis. Deswegen habe ich auch keine Religion in der Schule und so. Immer schöne zwei Freistunden in der Woche. Einmal in der ersten Stunde... War jetzt in den letzten drei Jahren... War immer richtig fein und so. Mittlerweile ist es... In der letzten Stunde... Also ich komme eine Stunde früher nach Hause... Und einmal ist es irgendwo mittendrin am Tag. Ist auch nice. Eine Freistunde mal. Aber ja. Hä? Achso. Okay. Oh ja. Oh. Da oben ist er ja. Hey, da ist denn da so ein Elite-Champion, glaube ich. Ich glaube, mit dem könnte ich das machen. Mal gucken, ob er es probiert. Dann gesellen wir uns dazu. Oh. Er macht's. Ich höre es doch schon. Das schafft er nicht allein. Ich komme! Achso, wir sterben jetzt sicher. Ach, der ist 36. Warum sind die bitte alle so hoch und laufen hier rum? Oh, die sehen nice aus. Wie die Wächter. Das ist ein Wächter. Sieht auch fett aus. Und das ist das Kommando. Ja, ja. Was handeln? Ja, dann handeln mal. Nehmen wir mal an. Was will denn der mir jetzt geben? Hä? Oh. Gib. Gibst du die mir einfach so? Militärausrüstung, Rang 4. David, hilf. David, hilf. Ich will dich einfach so nehmen. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber warum macht er das? Aber warum macht er das? Ne? Oh, okay. Okay. Ah, was kriege ich jetzt hier? Oh. Ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich hab was, äh, besseres. Ja, eigentlich genau das gleiche. Dankeschön. Wow. Haben wir was besseres. Okay, ich, äh. Oh, was, was macht denn hier? Fortschrittliche, fortschrittliche Schildaufwertung. Alter, warte. Lol, äh, ja. No, gut. Von mir aus. Dann halt nicht. Lol. Alter, 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 alter. Nein, sind zu hoch für das. Komm mal mit. Na gut. Okay. Wo gehen die denn hin? Oh, der... Ja. Na, ich komm mit. Ding. Na gut. Wir sind zwar im Let's Play. Boah, die machen die Gegner so schnell kaputt. David Holwitz. Wo geht denn der hin? Ich auch will! Hm, ja. Und jetzt? Hä? Warte, ich bin nicht so schnell. Jetzt kriegen wir es ab 14. Du hast einen schicken Helm. Mit Gefährten reden. Ich sag mal. Der hat eine geile Wumme. Ähm. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ich wollte eigentlich jetzt mein Lichtschwert hinten bekommen. Was ihr schon habt. Ich hab nur so ein verkacktes Übungsschwert. Und so, ne? Und die Gegner, die sind für euch doch keine Gegner. Komm. Verdammt. Ja, was ist denn hier hinten jetzt? Oh. Toll. Wo geht's denn da hin? Muss ich da mit? Hast du das Kron? Was für ein Kron? Wahrscheinlich Holokron. Nicht mal gewusst, dass hier hinten eins ist. Holokrons, Datakrons. Da kriegen wir eine Aufbesserung von Werten. Wenn hier überhaupt eins ist. Ist hier überhaupt eins? Was machen die denn hier? Wo ist denn hier mit den Kronen? Oh. Huuu?